...dran arbeite. Ah, dorn arbeite, das kenne ich. Meine Beine sind dünn, also meine Beine sind wirklich dünn as fuck. Zwei Storchbeine. Ähm, und oben bin ich lean. So lila, oder was? Äh, lean halt. Also, diese Bezeichnung für... ...einen Trainierungsgrad. NEIN! Ich kenne Purple Guy. Lean Beef kenne ich noch. Jaja. Das ist im gleichen Sprachraum. War das gerade eine FNAF-Referenz bei dir mit Purple Guy? FNAF-Referenz? Ne, ich tue das wüsste. Du sagst Purple Guy und machst keine FNAF-Referenz? Achso, ja, okay, fair. Ball Triple O Punkt O. So gut cutte ich mich da jetzt nie aus. Auch nicht. Ich weiß noch, dass er existiert. Ich fühl mich schon ein bisschen outcored, dass ich von allen hier am besten FNAF kenne. Ja. Ja, ich umsonst will Freestash mit dir so ein Zehn-Stunden-Markiplier-Video immer noch anschauen. Hm, ach, ich hab keinen Bock. Boah, bei dieser Doomsday-Minitube, bei dem hast du gekocht bei Heavenward. Ja, ich hab's geschafft! Ja, ich hab's geschafft! Ich bin der Beste! Ja, ich hab's geschafft! Ja, ich hab's geschafft! Was? Ich hab ICX-Rebeated in unter einer Stunde! Let's go! GG! Danke! Der Kollege ist einfach am Speedrun! Ja, 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 ja! Ich glaub, du bist auf World Record Pace! Ja! Was sagen die coolen Jungs nochmal? Du bist richtig der Babbo! Genau! Aber was ich gesagt hab, dein Doomsday-Cube geht auch hart! Danke! Oh mein Gott, im Hintergrund werden Diamonds gemeint! Ja, ich...